Ach Gott, geht es gut! Muss man da unten ziehen? Oder da? Das ist doch fett, äh... Das kann man nicht spreden. Weil ich auch... Du fasst doch mein Pulsader drauf. Das stinkt auch schon. Das stinkt. Richtig. Das ist fett. Das ist fett. Das ist fett. Das werden wir gleich sehen. Das ist fett. Du bist auch fett. So, das ist fett. Das ist fett und das da auch. Mann! Das ist fett. Ja, dann kannst du schneiden. Das ist fett. Ja, zieh! Nicht drauf sein! Hey, aufpassen, gell! Ja, guck mal! Ja, guck mal! Ja, jetzt hör doch mal auf! Ja, jetzt hör doch mal auf! Dann kannst du gucken! Hä, ist das jetzt inner oder außen? Das ist außen. Ja, jetzt hör doch mal auf! Ja, jetzt hör doch mal auf! Mit schlagenschleimhaut in Pfeil. Ja! Ja! Ja, jetzt krieg ich ja weg, aber... Ja! Ich meine... ...schneiden die... ...schweine krippel! ...schweine krippe! ...schweine krippe! Ja, jetzt stinkt immer mehr! Ja, schweine krippe! Schweinegrippel. 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 Sie ist sichererangspotiert. Das muss man so. Jawohl, gut nicht essen. Ich bleib hängen. Ach, sehr schön. Ja, sind Fisch. Ja, weh. So eine schöne Blumenwaffe. Hier flogen unten mit dem langen Handel. Die Runde mit dem schönen langen Handel. Kennst du das? Das ist Fett. Trottel. Und das ist Schwein. Ist nur da. Da. Die Headline. Was ist das? Was ist das? Ein Boppel. Ein Boppel. Schneidst du mal los? Das suchen wir. Irgendeiner. Ich will das sauber machen. Fettschicht wegmachen. Das sieht aus wie eine Olive. Das sieht aus wie ein kleines Teig. Oh Gott, das stinkt ja. Was ist das? Was ist das, Frau Herrmann? Da ist was braunes. Was ist denn das? Das haben wir aufgeschnitten. Aber man sieht nichts. Da wo Schleim rauskommt oder was? Da wo Schleim rauskommt oder was? Da wo Schleim rauskommt oder was? Das ist fett jetzt. Das ist fett jetzt. Da wo Schleim rauskommt. Ich geh ja auch mit dem Schlachter, ne? Wird ja auch gute Metzgerin abgeben, oder? Das ist fett jetzt. Das ist fett jetzt. Komm, komm, komm. Mach nur eine das da auf, bitte. Fass das, zieh es nur hoch. Genau. So, komm mal raus. Was? Du musst ziehen. Du musst weiter ziehen. Und wie das Schleim rauskommt. Spüren Sie die Muskeln? Hat das Hafe? Was sind die drei Schichten? Da kann man Schichten sehen. Genau, das haben wir das letzte Mal gemacht. Doch. Das ist die dicke Schicht. Oder nicht. So, guck mal da. Dreh's mal rum. So sieht's dann auch. Aber die Schichten kann man sehen. Guck mal. Guck mal. So ist Mukosa. Das ist heller. Ja.